Willkommen zurück, Commander! Beinahe vergessen, auf Aufnahme zu drücken, weil ich so drin bin hier und ich hier so gespannt bin, wie es weitergeht. Eigentlich wollte ich schon lange die Aufnahme-Session abbrechen, aber ich spiele jetzt hier weiter und wie es aussieht, wird das auch noch eine ganze Ecke weitergehen. Begebe mich zur Zielposition. Schon dabei. Roger! Runden wir das Haus mal auf diese Art und Weise. Bestätigt, Überwachung läuft. Okay. Komm mal hier rein. Begebe mich zum Ziel. Schon unterwegs. Was siehst du denn da? Okay. Alles klar. All is confirmed. Moving out. Oh fuck, ein Andromedon. Wer ist da jetzt wirklich in jeder Scheiß-Mission drin? Ich hasse diese Viecher. Die werden irgendwann cool, wenn wir Missioniker haben, aber die sind noch in der Ausbildung. Aber wenn sie denn mal rauskommen, dann wird das richtig cool. Ich glaube, ich gehe jetzt mal komplett über diese Seite. Gebe Feuerschutz. Ich glaube, der hier bleibt auch mal hier. Und Feuerschutz. Okay, sie gehen nach hinten. Schildträger. Mech. Okay. Wir öffnen das Feuer also. Vier Schaden. Eigentlich müsste ihr Löffel jetzt auf alles schießen, was da unten so rumläuft. Wer hat denn die Killzone aktiviert? Okay, fünf Schaden ist schon mal gut. Auch mal sieben Schaden. Okay, der Schildträger ist schon mal down. Und der müsste ja auch gehen. Komm, Backfish. Yes. Das ist gut. So, die beiden sind jetzt natürlich auch alarmiert. Und wir haben nur noch sieben Runden, Leute. Ich glaube, wir müssen schneller irgendwie auf die Psionika Zugriff mal haben. Bei mir, das ist 100% gegen den kriegen wir mit einem heftigen Schuss, kriegen wir 84% hin. Sechs Schaden. Und wenn Feuerschutz entfernt ist, ist noch viel wichtiger. Zwei Schaden. Er lebt noch mit einem Lebenspunkt, glaube ich. Das ist noch nicht. Ah, mit zwei Lebenspunkten. Okay. Manu. Ah, den bewahr ich mir mal auf. Backfish. Sieht auch kaum was. Machete. 60%. Schieß dann neben. Ah, es ist nicht zu oft der Fall bei Machete. Es ist noch nicht zu oft der Fall bei Machete. Es ist noch nicht zu oft der Fall bei Machete. Okay. Bestätigt, drücke aus. 74% gegen den Sektoid. Aber ich will mir das Imitationsgerät aufbewahren. Das hätten wir hier zwar auch. Okay. Granate. Granate. Eine Salve. Mit noch einer Granate ist der Sektoid hin. Sehr schön. Puh. Der Manu ist noch dran und Max Monster ist noch dran. Max Monster sieht nichts gerade. Das ist nicht so geil. Ist aber auch noch verborgen. Ich gehe jetzt mal ein Risiko, eine Stellung ins Offene. Und hoffe, dass er den Roboter killt. Ja. Sehr gut. So, und den Andromedon, den machen wir jetzt mit dem Imitationsgerät. Legen wir den Lahm. Wer soll mal... Hier hin. Der wird das Ding angreifen. Ja, greif es an. Bam. Ja. Oh, du hast es noch nicht mal getötet. Haha. Sehr nice. So. Als nächstes. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Hexchen. Und jetzt kommt er wieder. Löffel sieht den nicht. Okay. Begebe mich zu dieser Position. Max 100%. Sechs Schaden. Manu. Nochmal sechs Schaden. Schade. Ich dachte, der Manu schafft es schon. Dann muss Machete wieder alles vollenden hier. Nice. Unerbittlich. Wir dürfen noch weiterlaufen. Ich glaube, ich werde dir hier verlieben. Gehen wir raus. Okay. Da ist also noch irgendwo ein Mech. Ready to engage. Ready to engage. Okay, dann laufen wir nach vorne. Okay. Löffel. Lass ich erstmal. Max Monster. Wir müssen hier vorne in dieses Gebäude. Lauf erstmal bis hier, Max. Manu, folgt dir mal. Wird erledigt. Hier zahlt sich das größere Magazin auf jeden Fall schon aus. Jetzt nur Distanzschutz. Bestätigt. Backfisch. Okay, bin unterwegs. Müsste eigentlich auch mal nachladen. Backfisch. 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 Okay, ich gehe. Müsste eigentlich auch mal nach. Das Advent-Netzwerk ist beinahe komplett gesperrt. Wir haben keine Zeit mehr. Sie müssen zu diesem Terminal. Müsste eigentlich auch mal nach. Müsste eigentlich auch mal nach. Ich bin Central. Ich kann immer nur rumheulen. Wenn ich immer auf Central hören würde, würden alle meine Soldaten sofort sterben. So. Da kommt irgendwas. Zwei Mutons und noch ein Adromedon. Meine Fresse, ey. Ja, es wird Zeit, dass wir unsere Psionika an den Start kriegen. Okay, du kannst hier diese Säule hacken. Schauen wir mal. Das, was was Tolles bringt. Übernimmt zwei Runden lang die Kontrolle bei einem zufällig ausgewählten Gegner. Das ist doch geil. Oder übernimmt eine Runde lang die Kontrolle bei alle Robotgegner. Momentan gibt es keine Robotgegner. Deswegen nehmen wir das hier mal. Eine Täuschung. Das könnte sehr nützlich sein jetzt. Sehr gut, Max. Ein Kinderspiel. Okay, da hinten haben wir irgendwas übernommen. Was wir jetzt noch, was wir noch nicht sehen konnten. Plastiklöffel. Haben wir etwa das große Fieder übernommen? Das wäre geil. Das wäre ja geil. Abschusszone. So. Max hinschmeißt eine Splittergranate, aber kommt nicht weit genug damit. Kommt der Manu weit mit einer Granate. Kommt zumindest zu dem. Wo ist der Andromedon eigentlich? Der ist da hinten. Okay. Manu einmal ein bisschen weiter weg. So. Das hatte auch den Vorteil, dass danach die Wand weggesprengt ist. So, hat er jetzt Schaden gekriegt hier noch? Ja, nochmal zwei Extraschaden. Perfekt. So, kann Hexien... Hexien kann leider es jetzt nicht hacken. Aber kann den jetzt hoffentlich exekutieren. Oder schießt daneben. Verdammt. Backfisch. Was machen wir mit dir? Vielleicht hier in volle Deckung? Siehst du irgendwas? Siehst nichts. Nachgeladen. Feuerschutz. Machete. Ich glaube, das wird okay sein. Daneben. Nicht gut, Leute. Nicht gut. Ja, anscheinend haben wir hier das Ding übernommen. Nice. Ja, komm, schießt mal auf euer eigenes Teil hier. Hoffentlich schießt ihr daneben. Oh, fuck. Ey, zwölfer Crit. Oh, oh, ich glaube, das war's mit Plastiklöffel. Ich bin getroffen. Autsch. Kontrolle verloren? Warum das? Okay, er ist betäubt. Okay. Das ist unfair. Ich sollte zwei Runden lang die Kontrolle über den übernommen haben. Was ist das für ein Scheiß hier immer, ey? Mann, 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 Mann. Löffel. Fuck. 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 Ich glaube, der Max ist so gut wie hin. Mein zweimal Rüstung wird verschreddert und Andromedon ist eigentlich auch noch da. Das ist das große Problem. Ich versuche das jetzt gleich ein bisschen mit dem Imitationsgerät hier noch irgendwie zu retten. Machete. 55% nur mit Schnellfeuer, das ist nicht gut genug. Risiko. 82% Machete. Sehr gut, jetzt darfst du dich noch bewegen. Es ist tot, es muss tot sein. Komm mal nach hier. Bugfish, Imitationsgerät, bitte nach... da. Es ist immer ein bisschen tricky. So, und jetzt hofft mit mir zusammen, dass der Max das unbeschadet überlebt. Daneben, 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 daneben. Okay, das Ding lebt aber noch. Das heißt, der Große wird es jetzt auch angreifen. Bewegt sich, daneben. Okay. So weit, so gut. Okay. Das Ding hat uns den Arsch gerettet, Leute. Jetzt kommen mal noch die beiden Stunlancer hier um die Ecke. Okay, die Disorientiertheit ist entfernt. Netzwerk-Terminal fährt herunter. Das ist ihre letzte Chance auf Datenrettung. Ja, das ist das große Problem. Textchen von hier aus Sicht da drauf. Ach, scheiße hat sie nicht. Dann auf den. Drei Schaden. Gib ihm noch ein bisschen Rüstung weg. Was war das jetzt gerade? Keine Zahlen. Okay. Löffel. Heftiger Schuss gegen das Vieh. 85%. Neun Schaden. Max, du musst das Ding hacken. Umgehe Sicherheitsmaßnahmen. Ich nehme das Sichere. Wird unsere Gauss-Waffen werden schneller fertig. Und zumindest das haben wir dann geschafft. Wir haben die erfolgreiche Beschaffung der Advent-Dateien bestätigt. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde im Gebiet. Wenn ich ihn jetzt bewege, dann kann ich ihn nicht heilen. Flieg zu jedem Truppenmitglied. Ich mache das. Gruppenhaltung benötigt. Ehe ich es gar nicht mehr einsetzen kann. Ich glaube, das hilft ihm nicht viel hier. Das einzige, was ich machen kann, ist jetzt den Beero irgendwie hier hinstellen. Und hoffen, dass das Vieh den Beero angreift, anstatt den Max. Genug gewartet. Und das Ding ist halt auch noch ein Problem. Wir haben einen Schaden zu wenig gemacht. Fuck. Fuck, 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 fuck. Okay, ich stelle den Beero jetzt ins Offene neben das Vieh. Der Stunlenzer ist ja auch noch da. Das ist ein großes Problem, Leute. Und das Ding muss auf jeden Fall weg. So, und jetzt drückt die Daumen, dass der Beero das aushalten kann. Ach ja, er ist unerbittlich. Ah, super. Stellen wir ihn zumindest gegen den Beschuss in Deckung. So. Okay, er geht auf den Beero. Sehr gut. Weil der einen ausgeschaltet hat, ist er unantastbar. Genauso war es gedacht. Aber jetzt kommen die Stunlenzer. Acht Schaden für Beero. Und einer ist ja noch da. Aber der ist jetzt gerade irgendwie nicht aufzufinden. Okay. So weit, so gut, Leute. So weit, so gut. Du schaffst es nicht mit einem Schuss, den zu töten. Das ist traurig. Das ist sehr traurig. Max Monster. Erste, was du machst, ist dich heilen. Oder machst du, nee, du heilst erst den Beero. Und dann heilst du dich selber. Oder brauchen wir jetzt den Schaden. Ich glaube, wir brauchen eher den Schaden, Leute. So 70 Prozent gegen den. Der hat Rüstung. Oh, die können wir ihm wegschreddern. Sehr gut. Ziel getroffen. Minimaler Schaden. Munition alle. Backfisch. Nein, daneben. Das ist ätzend. Das ist ätzend. Ich meine, gut, die Chance war nicht hoch, aber... Die Munition wird knapp. Fuck. Okay, wir machen das folgendermaßen. Hexien macht eine Gremlin-Heilung. Auf... Max. Gremlin, medical detail. Und ich hoffe, dass ich jetzt gleich hinkriege, mit dem Beero, den Stunlancer zu töten. Und dann ist er für die nächste Attacke, die er abkriegt, immun. So, Hexien. Gremlin-Heilung. Auf Löffel. Spannend ist es ja. Das kann man ja nicht anders sagen. So, dann schießen wir den nochmal an hier. Ja, geil. Jetzt crittest du den weg. Jetzt, wo ich es nicht brauche, ne? Tod von oben. Ja. Ich muss es wenigstens nochmal schießen. Zwei Schaden. 99% Lux. Sorry. Quit. Sehr schön. Abgeprallt. Ein Lebenspunkt noch. Der kommt ja wieder. Okay. Damit ist er jetzt immun gegen den nächsten Angriff. Wenn er das vier auf jeden Fall gegen ihn machen wird, wahrscheinlich. Ich brauche Ammo. So, Reload. Oh, du kannst sogar nochmal agieren. Perfekt. Dann würde ich sagen, gib ihm nochmal eine. Oh, okay. Was? Ich bin nochmal ein bisschen schadet. Jetzt will das Fie sich bestimmt rächen. Das ist der nächste Stunlancer. Oder ist das nur ein... Ja, scheiße. Jetzt haut das Fie den Behru. Und er ist nicht mehr immun. Ah, sieben Schaden. Das geht ja noch. Behru hält es aus. Puh. Harte Tobak. Der Löffel sollte den jetzt finischen eigentlich. Jop. Sehr gut. Tod von oben eigentlich, oder? Jop. Das heißt, wir können umsonst nachladen. So. Max Monster. In Deckung. Bin schon unterwegs. Und ne Gremlin Heilung auf Machete. Hilf ihnen. Okay. Hexchen. Kommt nicht besonders weit. Mal ein Reload. Manu hebt einmal den Kugelzeit. den Loot auf. In der Ridium Kern. Das ist gut. Objekt gesichert. Und dann hat er... Dann haben wir noch Backfisch. Haben wir noch mit einer Brandgranate. Endlich. Ich glaube, die schmeiße ich lieber als die andere Granate. Mach dich bereit für eine Überraschung. Brenne. Okay. Vermutlich ist das auch der Letzte. Das heißt... Manu hat den Kill. Okay. So, war es das der Letzte? War das der Letzte? Bitte, bitte, bitte. Ja. Hammerkrass. Oh, wie wir den Max da retten mussten. Heftig, heftig, heftig. Backfisch und Machete. Die Spieler des Spiels. Und wieder mal haben wir gesehen, diese Imitationssachen, die sind echt... Die sind nicht so schlecht. Gut, dass wir uns ein zweites davon gebaut hatten. Und Beero zufrieden mit seiner Leistung. Immerhin hat er Max gerettet. Und hat alleine gegen den Andromedon ausgehalten. Herzlich gemacht, der Beero. Uh, schwer verwundet. Drei Leute schwer verwundet. Aber Löffel hat einen Aufstieg. Zielen. In Deckung gewährt dem ersten Schuss der nächsten Runde plus 20 Zielsicherheit. Sehr schön. Wenn du dich in der letzten Runde nicht bewegt hast, erhältst du plus 10 Zielsicherheit, plus 10 Quit. Hm. Da ich die eigentlich fast immer in Deckung habe, ist, glaube ich, plus 20 aufs Zielen gar nicht so schlecht für auch die Abzüge, die man kriegt. Deswegen nehmen wir Zielen. So, und auch hier Hexen. Oh, hat einen Führerreflexschuss gegen einen beliebigen Feind aus, den sich innerhalb des Schussfeldes bewegt oder angreift. Perfekt. Super, schön. So. Disorientiert, betäubt, Panik bewusstlos entfernen. Oder das Übernahme, wir nehmen das Übernahmeprotokoll. So, da haben wir einen Iridiumkern geborgen. Sehr schön. Und haben jetzt hier so einen komischen Mech und einen neuen Wissenschaftler. Forschungstempo um 17% erhöht. Nice. So. Alien-Legierung. Ne, wir können das jetzt nicht untersuchen. Wir müssen hier hinten Kontakt herstellen nach Australien. Hoffentlich kommt es jetzt nicht noch irgendwelche Scheiße weiterhin dazwischen. So. Immerhin drei Punkte gibt das hier. Ja, Plasmagewehr. Sehr schön. Wir sind sicher nicht erfreut, wenn sie herausfinden, dass wir Energiewaffen wie Ihre haben. Nice. Nice. Okay, neue Forschung. Strahlenkanone, Plasmalanze, Sturmkanone. Ich würde sagen... Zuerst den Sniper, hm? Der machte doch extrem wenig Schaden in letzter Zeit. Gehen wir mal in die Waffenkammer. Äh, Quatsch, in die Technikabteilung wollte ich. Commander, nach der Errichtung dieser Schattenkammer sollten wir die von uns geborgenen Alien-Artefakte und Daten besser analysieren können. Ja, ja, die Schattenkammer, die hat aber echt momentan für mich keine Priorität. Das Plasmagewehr hätte ich schon gerne. Okay, kann ich aber nicht herstellen. Wir haben zu wenig Vorräte. Wie immer. So, wir haben Plasmagranaten. Perfekt. Neues Projekt. Könnten noch einen War-Anzug bauen. Aber ich hätte gerne weiter mehr experimentelle Rüstung. Klingt gut, Commander. Ich lasse es Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. So. Plastikon ist auch gleich fertig. Wahnsinn, Ausbildung fortsetzen. So. Psysoldat ist Immun gegen Feuer, Gift, Säure und Explosivschaden. Perfekt. Nehmen wir mit. Und auch hier ist der Seelenraub fertig. Inspirieren, Ermunterung. Nehmen wir die Ermunterung. So. Und da geht es hier auf Kontakt. Puh, Leute. Puh. Lange lebe der Widerstand. Ja. Lange lebe der Widerstand. Neue regionale Kontakte gefunden. Sehr schön. So. 125 können wir nicht machen. Ähm. Wie sieht es aus mit unserem Krankenstand? Auf dem Kümmer. Soldatenanzeigen. Max Monster und Beiru. 18 Tage. Was Beiru dann nicht dabei ist, ist das natürlich ein starker Tobak. Max Monster, auch als Spezialist. Äh. Nicht geil, nicht, nein, nicht, 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 nicht gut. So. Wir gehen aber zurück und stecken da oben einmal einen Ingenieur wieder rein. Damit die ein bisschen schneller wieder heile werden. Hier unten nehmen wir den weg. Äh. Wer ist denn hier überhaupt drin? Da ist gar keiner drin. Entfernen. Kommander, ich finde es gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren. Aber zur Zeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Sie können bei Bauvorhaben und beim Freiräumen helfen. Oder eine Einrichtung besetzen. Ja, ja, ja. So. Wie sieht das jetzt aus? In der Waffenkammer? Bero, neun Tage, Löffel, acht Tage. Ich denke, da werden wir noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Zumindest der Bero oder so wieder da ist. Wir haben noch 17 Tage Zeit. Okay. So lange scannen wir noch ein bisschen nach Informationen. Sätze Kurs auf Südafrika. Oder haben wir irgendwo noch Vorräte, die wir holen können? Haben wir noch Vorräte? Wir haben den Schwarzmarkt. Wir haben Alien-Legierung. Ne. Informationen sammeln. Okay. Hier ist das Ereignis abgeschlossen. Hier ist die Conard Bolwerk erlernt. Perfekt. So. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. So, wir haben eine Weste, die uns Gesundheit regeneriert. Perfekt. Jetzt dürften wir keine Iridiumkerne mehr zur Verfügung haben. Ausbildung fortsetzen bei Bloodscorpion. Die Nulllanze. Die ist ziemlich gut. So, Vorratslieferung kommt auch in einem Tag rein. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Ich will gar nicht hören, was der mit zu sagen hat. Ja, warum auch immer er jetzt sagt, dass ich übertroffen werde. Wir untersuchen das. Es ist irgendwie gerade alles ein bisschen blöd. Diese tickende Uhr da oben geht mir um den Zeiger. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Seien Sie gegrüßt, Commander. Neue Forschung. Weitere Informationen. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. So, mit den Vorräten können wir uns jetzt gleich Zeug kaufen. Ausbildung fortsetzen. Was haben wir denn hier? Das, die Stasis. Wie sieht es in unserem Lazarett aus? Müssen wir gleich mal hier drauf achten. Also, wir müssen mal gut zurückkehren. Boah, noch neun Tage, Leute. Noch neun Tage. Okay, nein. Wir ignorieren das. Wir gehen aber raus. Und schauen uns mal an, wer jetzt gerade wieder fit ist und wer nicht. Soldaten anzeigen. Okay, noch vier Tage ist Max Monster verletzt. Die warten wir auch noch ab. Und dann haben wir alle Soldaten wieder beisammen. Gehen wir mal in die Guerilla-Schule und gucken, ob wir uns hier was leisten können. Sprengkörper, gewährt Feuerschutz, Reflexschutz und mehr Zielsicherheit. Vergeltung. Ja, das ist mir momentan noch zu teuer alles. In die Technikabteilung. Gegenstände herstellen. Wir haben jetzt genug Vorräte, um Waffen zu ihr zu stellen. Nämlich das Plasma-Gewehr. Und die Plasma-Lanze. Und dann haben wir schon wieder keine Vorräte für diesen Monat. Gehen wir mal kurz in den Testbereich. Projekt wählen. Können wir nichts machen. Alles klar. Das heißt dann aber auch, dass ich hier den Ingenieur abziehe. Weil der ist nämlich sonst beschäftigungslos. Und den hier unten rein ziehe. Dann scannen wir noch ein bisschen nach Infos. Nachricht vom Widerstand. Hohe Priorität. Rette eine VIP. Und wir kriegen den Doktor und Informationen perfekt. Einwalt starten. Setze Kurs auf Sektor 5. Indien. Und noch acht Tage bis zum Avatar-Projekt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Operation düsterer Schritt. Bis dahin, Herr Pfanne, euer Koralli. Tschüss. Bis dahin, Herr Pfanne. 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 Bis dahin, Herr Pfanne.